Sooo, neues Glück und auf geht's mit meiner Challenge! Was wollen wir denn mal tun? Einiges haben wir schon erreicht! Aber es gibt noch viel zu holen! So, ich baue mir jetzt erstmal hier so eine kleine Treppe hoch, damit der Guide vielleicht auch mal wieder die Möglichkeit hat, auf die obere Etage zu gelangen. Also bisher habe ich ja nur einen Mitspieler, der sich Wacka zurzeit noch auf dem ersten Platz hält. Dem werde ich aber bald Einhalt gebieten, werde ich doch mal hoffen. So, das mache ich hier erstmal zu, ein bisschen Absicherung, damit die Gegner da nicht so leicht rankommen. Dann ist der Guide auch ein bisschen safe, hoffe ich es zumindest. Aber im Dschungel waren wir noch nicht und ich würde eigentlich sehr gerne mal in den Dschungel gehen, da ich das Blasrohr unbedingt haben möchte und ich denke mal, das wird man im Dschungel am ehesten finden in der Kiste. Deshalb werde ich mich wahrscheinlich da jetzt auch gleich mal hinbegeben. Ich weiß nur nicht, ob das eine so gute Idee ist. Aber wir werden es ja sehen. Ich meine Heiltränke habe ich, ich habe ein Eisenschwert. Gut, Pfeile habe ich jetzt nicht so viele, aber ich denke mal, das dürfte klappen. Zumindest, dass wir da ein bisschen erkunden. Hm, naja, gucken wir uns mal die Gegend an. Ein bisschen Gras mähen, muss ja auch sein. Viel haben wir hier auch schon in Rohstoffen abgeforstet. Aber mal sehen, was es hier noch zu holen gibt. Irgendwie kommt es mir aber vor, dass sich keiner so wirklich mit mir messen will. Ich weiß nicht, ob die alle Angst haben drauf zu gehen oder so. Ich meine, gut, das ist ein enormer Punkteabzug, wenn man drauf geht, das stimmt schon. Aber den kann man locker wieder reinholen. Mit 50 Gold. Gut, wenn man die auch mal zusammen hat, das dauert schon ein bisschen, das stimmt. Das Kupfer, das nehmen wir hier natürlich noch mit. Und da sehe ich auch schon Eisen. Das nehmen wir natürlich auch direkt mit. Lecker schönes Eisen. Da schmelzt nicht mehr ein Eisenbaguette draus. Mit Kupferkäse. Hm, das klingt doch lecker. Oder eine Eisenpizza mit Kupferkäse. Mein Leben nehmen wir uns hier auch noch ein bisschen mit. Kann nicht verkehrt sein. So, ich baue mir immer so gerne kleine Treppen. Die sehen einfach stylischer aus. Die verbrauchen zwar eine Menge Holz, aber die sehen stylischer aus. Und dafür nehmen wir uns auch direkt noch ein bisschen Holz mit. So, hier waren wir auch schon. Eigentlich war schon eine Menge erforscht eigentlich. Aber gut, auf einer großen Karte, das dauert noch ewig. Oh, und da sehe ich noch Kupfer. Das nehmen wir natürlich auch direkt mit. Aber es wird auch gleich dunkel und dann in den Dschungel, das ist eigentlich Selbstmord. Naja, aber ich habe ja gesagt, ich stelle mich jeder Herausforderung. Von daher dürfte das nicht unbedingt mal im Untergang werden. Aber wir werden sehen. Hm, hier waren wir auch schon überall. Da unten in der Hügel war ich auch schon. Hm, ich weiß gar nicht, ob der Dschungel überhaupt in die Richtung liegt. Vielleicht liegt auch das Dungeon hier. Naja, wir werden sehen. Da ist noch ein Pilz, der wird natürlich mitgenommen. Zack. Pilze sind immer gut. Oh, da haben wir auch noch Kupfer entdeckt. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Aber sicher. Aber sowas von sicher. Da ist auch noch Kupfer. Manchmal ist da wo Kupfer ist auch Eisen in der Nähe. Deshalb sollte man auf jeden Fall alle Rohstoffe abgrasen. So ist man sicher, dass man auch alles wirklich abgegrast hat. So, es wird Nacht. Hm. Zurück gehen oder weiter gehen? Ja, weiter gehen. Für die Zombies habe ich einen Speer. Die sind kein Problem. Und für die Augen, für den Rest habe ich ein Eisenschwert. Und da sehe ich auch noch Eisen. Vieles schönes Eisen. So, hier bauen wir noch zu, damit die schnell drüber kommen. Oh, und jede Menge Pilzen noch. Oh, und Sand. Und... Hier mal eine Fackel hin, damit wir mal was sehen. Dann machen wir jetzt hier eine kleine Treppe hin. So, und platt. Den Kaktus nehmen wir natürlich auch mit. Der macht sonst nur Schaden. Oh, und wir haben den Dunkel gefunden. Und das bei Nacht. Sehr clever. Mal sehen, was wir hier entdecken. Hm, okay. Hier brauche ich mich zu leicht drüber. Oh, ein Dämonenalter. Sehr schön. Dann habe ich den auch schon mal. Das heißt, im Auge von Cthulhu steht nichts mehr im Wege. Oh, was haben wir jetzt hier? Ich stehe nichts. Oh, was haben wir jetzt hier? Ich stehe nichts. Oh, scheiß Zombie. Hau ab. Mann, 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 Mann. So geht das natürlich nicht. Zurück habe ich Heiltränke dabei. Aber die kann man natürlich nur im Minutenrhythmus jetzt anwenden. Und das ist natürlich eine ganz riesen Nummer. So, und ich muss ja auch irgendwie wieder rauskommen. Und da kommen die Zombies. Oh, nein, 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 nein. Oh, ein Shackle. Ein Defensemeer. Das ist nicht verkehrt. Ach, direkt mal anziehen. hier ist ja echt rohstoffe und maß habe der zombie aber rohstoffe sind hier echt im überschuss ja komm herr So Nilo, jetzt muss man natürlich auch wieder rauskommen. So, da haben wir schön über den Weg, die Fackel da gefällt mir aber nicht so gut, die tue ich da hin, da sehe ich noch einen Kupferblock, den nehmen wir uns auch mit. Da oben kommt ein paar Zombies, da ist der Dämonenalter. Ja, was du. So, jetzt haben wir hier den Stern noch. Zombies sind ja kein Problem. Oh, jetzt sehe ich aber jetzt mal ein paar Fackeln aufgestellt. Bisschen Holz mal mitgenommen, das geht so ziemlich auch langsam aus. Komm, da sind ganze Menge Zombies. Sparta, yeah! Ich mache euch alle fertig. So, das begradigen wir mal hier ein bisschen. Ich weiß nicht, wenn du mitnehmen willst, aber die sind ja kein Problem. Oh, 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 oh! Schaut ihr ab? Oh, da sehe ich einen Piranha und ein Auge. Ich habe einen Stern gehört und sehe ihn auch. Ich will doch nur zu dem Stern, Leute. Lass dich doch mal durch hier. Mann, halt, dann kann ich jetzt auch gerade nicht so. Das ist schon fast so viele Zombies wie bei einem Blutmond. Oh, eine Fledermaus. Au, au, wieso kann ich die denn nicht abwehren? Oh nein, ach du große Scheiße. Was sind denn das für blöde Viecher geworden? Die kann man ja gar nicht zurückschlagen. Die fliegen ja trotzdem durch einen durch. Und was ist jetzt? Jetzt bin ich ein Geist. Wie geil ist das denn? Radioactive Man hat das erste Mal sein Zeitliches gesegnet und fliegt jetzt als Geist über die Karte. Auch nicht verkehrt. Aber jetzt kann man sich die Karte auch angucken eigentlich. Und da wäre ein Herzcontainer gewesen. Nein, scheiße. So, das heißt für mich jetzt minus 500.000 Punkte. Die darf ich jetzt erstmal reinholen. Na, danke schön. Da sage ich jetzt gar nichts mehr zu. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.